Rippen, Tagging, Bibliothek, Musicbee. Was diese vier Begriffe miteinander verbindet, das zeige ich euch in diesem Video. Bei meinem letzten Musicbee Video habt ihr unheimlich viele Fragen gestellt. Ich habe auch E-Mails erhalten, wo ihr Fragen gestellt habt. Da habe ich mich echt wirklich darüber gefreut und ich habe festgestellt, es gab ein großes zentrales Thema und zwar war eure Frage, wie genau erstelle ich denn jetzt eine Musikbibliothek mit Musicbee, dass auch wirklich alle meine Audio-Files und alle meine Hörspiele richtig sortiert sind. Das ist natürlich ein zentrales Thema, deswegen zeige ich euch nochmal Schritt für Schritt, wie ihr in Musicbee eine Musikbibliothek anlegen könnt. Wenn ihr allgemeine Informationen zu Musicbee haben wollt, kann ich euch mein altes Video empfehlen, guckt es euch einfach nochmal an. Da habe ich so eine Art Walkthrough gemacht, dass ihr einfach mal die Grundfunktionen für Musicbee kennenlernt. Dieses Video werde ich unterteilen in vier Themen. Das ist einmal Rippen, Tagging, Musikbibliothek anlegen und Audio-Files nachträglich mit Musicbee bearbeiten. Dieses Video soll sich auch an Leute richten, die ihre Hörspielsammlung erst noch rippen wollen, weil der Vorteil ist, wenn du die CDs rippst, kannst du auch gleich das Tagging übernehmen. Und warum das alles so wichtig ist, das zeige ich euch jetzt. Gehen wir einfach mal davon aus, dass ihr eure Bibliothek komplett neu aufbauen wollt. Das heißt, ihr müsst eure CD-Sammlung auch erst einmal rippen. Rippen heißt nichts anderes als die CD zu digitalisieren. Und ich benutze dazu Debi Poweramp. Ihr könnt natürlich jedes andere Programm nutzen, was immer ihr mögt. Ich habe mich damals für Debi Poweramp entschieden, weil es so einige Features hatte. Die fand ich einfach super. Komme ich aber gleich noch darauf zu sprechen. Ich habe jetzt eine CD eingelegt und Debi Poweramp hat mir sofort ein paar Metadaten angeboten, indem er einfach freie Datenbanken wie z.B. FreeDB durchsucht hat und dann die Einträge abgeglichen hat. Und die könnt ihr jetzt hier sehen. Und zwar handelt es sich um den aktuellen Inselkrimi Folge 5. Und bevor wir das Ganze jetzt rippen, möchte ich euch aber einmal ganz kurz die Oberfläche erklären, damit ihr versteht, was wir hier machen und vor allem warum wir das machen. Und deswegen sollten diese, also mindestens diese sollten auf jeden Fall befüllt sein mit Schlagwörtern. Inselkrimi ist völlig korrekt. Bei Album würde ich jetzt noch hinzufügen, es handelt sich hier um die Folge 05. Genre Hörspiel ist korrekt, hier ist korrekt und es ist nur eine CD. Wenn es zum Beispiel ein Hörspiel wäre, was sich über mehrere CDs hinweg erstreckt, könnte man hier zum Beispiel sagen, Disc 1 von 5 z.B. und die nächste CD wäre dann Disc 2 von 5 usw. So, kommen wir dann auch schon zum nächsten. Ihr seht, dass hier eine ganz lange Liste von einzelnen Kapiteln sind. Für unsere Bibliothek ist es theoretisch egal, ob ein Hörspiel aus mehreren Tracks besteht oder nur aus einem Track besteht. Das Handling finde ich persönlich ist eigentlich immer schöner, wenn die Hörspiele als Single Track gerippt werden. Das könnt ihr auch machen, wie ihr wollt, wenn ihr die einzelnen Tracks behalten wollt. Das könnt ihr auch gerne tun. Wie gesagt, Music B wäre es egal. Ich möchte euch aber einfach den Unterschied nochmal hier zeigen. Und zwar hier müssten einfach 36 Tracks verwaltet werden und wenn ihr zum Beispiel sagt, hier oben seht ihr den Button RIP as 1, wenn wir da drauf klicken, zeigt er uns hier einmal alle Tracks hintereinander gefügt. Also diese blaue Linie, das blaue hier in der Mitte, das sind die Tracks und wir können sagen, und jetzt müssen wir nur noch sagen, ja, bitte speichern mir das als Single Track. Einmal klicken und ihr seht, hier oben ist jetzt nur noch ein Track. Was wir jetzt noch machen müssten, wir müssten hier nochmal den Titel vergeben. Ist hier alles eingetragen. Gucken wir noch einmal auf diese Metadaten. Da sind jetzt im Prinzip alle Metadaten drin, die wir oben gerade schon vergeben haben. Und wir können hier auch noch neue Metadaten, also neue Tags vergeben. Das machen wir einfach mal. Wir klicken hier drauf, sagen New Tag und suchen uns jetzt ein Tag Element aus. Und zwar nehmen wir hier Label. Und zwar ist das natürlich Contendo Media. Das sollte uns erstmal genügen. Dann noch hier kurz, natürlich gibt es den Pfad, also da, wo ihr dann den Export machen, wohin ihr den Export machen wollt. Gehen wir auch nochmal auf Set. Musik. Da habe ich schon Ordner angelegt. Exportieren wir mal da rein. Ihr könnt dann quasi dbpoweramp noch sagen, wie genau soll er denn den Dateinamen erstellen. Das ist eigentlich ganz spannend, weil so könnt ihr einfach euch das zusammenstellen, wie ihr das ganz gerne für eure Bibliothek hättet. Mir würde persönlich jetzt einfach der Titel ausreichen, weil da steht Langeoga Dünblut drin. Wir könnten aber noch hinzunehmen. Wir wollen aber noch das Album mit drauf haben. Machen wir noch einen kleinen Abstand dazwischen. Vielleicht noch ein Bindestrich dazwischen. Dann hat sich das besser getrennt. Und ihr seht hier unten im Beispiel, wie das dann nachher aussieht. Wie gesagt, ihr könnt euch mal durchklicken und alle möglichen Tags quasi auswählen, die ihr in dem Dateinamen haben wollt. Sagen wir mal OK. Haben wir bestätigt. Wie gesagt, hier die Metadaten. Hier ist der Encoder. Was noch bei dem Encoder ganz interessant ist, das war auch einer der Gründe, warum ich mir dbpoweramp ausgesucht habe. Es gibt hier das sogenannte Multi-Encoder. Das bedeutet, dass dbpoweramp gleichzeitig mehrere Dateiformate exportiert. Wenn ihr euch also beispielsweise mal nicht sicher seid, will ich eine Wave-Datei oder vielleicht ein Flag oder ich möchte vielleicht doch lieber beides haben oder ihr braucht aus einer Wave-Datei ein MP3, weil ihr das später einfach per Mail verschicken wollt, könnt ihr einfach hier sagen Add Encoder. Und dann könnt ihr euch entsprechend das Audio-Format aussuchen. Hier dann einmal als Wave-Datei und einmal als Flag. So könnte das zb aussehen. Ihr könnt also, wie gesagt, beide Audio-Formate noch bearbeiten. Ihr könnt die Qualität einstellen, wie ihr das gerade möchtet. Wir hatten uns hier aber jetzt für Flag entschieden. Das machen wir auch. Was wir jetzt noch machen müssen, ist ein Cover hinzufügen. Das habe ich auch schon vorbereitet. Wenn er jetzt im Internet ein Cover bereits gefunden hätte, bei der Datenbank-Suche, hätte er das hier auch schon eingefügt. Da das Hörspiel aber relativ neu ist, wird das vermutlich noch nirgendswo hinterlegt sein. Deswegen müssen wir das jetzt manuell einfügen. Und zwar gehen wir hier einfach hier oben auf das Plus-Zeichen, sagen hier, wir könnten nochmal im Internet danach suchen oder wir können es hier direkt von der Festplatte laden. Wir gehen mal hier auf Load File auf dem Desktop. Da habe ich es schon vorbereitet. Und wir sagen einfach öffnen. Und jetzt ist es auch hier drin. Das heißt, wir haben jetzt folgendes gemacht. Wir haben die CD, also bevor wir sie gerippt haben oder bevor wir sie rippen, wir haben jetzt unsere Metadaten vergeben. Das heißt, wir haben die Tags vergeben. Wir haben das Audioformat bestimmt und wir haben auch noch ein Cover hinzugefügt. Das, was wir jetzt nur noch machen müssen, ist einmal hier auf Rippen klicken oder auf Rip klicken. Und dann würde uns DB Power Amp einfach das Hörspiel als Flag-Datei in den Ordner, den wir hier unten eingegeben haben, einfach mal exportieren. Zusätzlich bietet DB Power Amp auch noch zwei Goodies. Und zwar sind es zwei Editoren, die ich gleich nochmal zeigen werde, die man über rechte Maustaste abrufen kann, wenn man zum Beispiel auf einen Audio-File klickt. Wie gesagt, zeige ich euch aber später. Bevor wir jetzt aber mit MusicBee starten, möchte ich euch noch einmal erklären, wie ihr euch am besten vorbereitet. Und zwar habe ich es bei meiner Bibliothek so gemacht, dass ich einen zentralen Ordner auf einer externen Festplatte habe, wo alle meine Audio-Files drin liegen. Das bedeutet, da liegt die Musik drin, da liegt Hörspiele drin und da liegen auch alle meine Hörbücher drin. So, die Organisation davon ist erstmal legal, weil das übernimmt MusicBee anhand von dem Tagging, was ihr gemacht habt. Also, deswegen ist Tagging auch so wichtig. Ich zeige euch das mal eben. Ich habe jetzt hier exemplarisch einfach mal auf meinem Desktop die Bibliothek angelegt, damit ich euch einfach das mal ganz kurz zeigen kann. Öffnen wir mal. Ich habe das Ganze hier Testbibliothek genannt. Und hier liegen erstmal so ein paar Beispiel-Files drin. Ihr seht, das hier sind Single-Track-Hörspiele, also Hörspiele, die ich als Single-Track gerippt habe, als Einzeldatei. Hier ist dann exemplarisch ein Hörspiel, was ich als Multi-Track gerippt habe. Da habe ich die Tracks einfach so übernommen, wie sie von der CD kamen. Hier auch nochmal. Und dann nochmal testweise ein Hörbuch, was eben auch hier aus ganz vielen Einzeltracks besteht. Zu den Hörbüchern möchte ich noch was sagen. Und zwar, da kam ja bei den E-Mails auch die Frage auf, beziehungsweise das Problem, da stimmte oft die Reihenfolge nicht. Und man wusste nicht genau, ja, warum sortiert er mir das denn nicht richtig? In iTunes hat das funktioniert, aber in Musicbee nicht. Das könnte daran liegen, dass iTunes von vornherein einfach den Dateinamen nimmt und dann ganz einfach nach Dateinamen sortiert. Und dass Musicbee standardmäßig auf die Metadaten zurückgreift und hier sagt, hier, er möchte eine Titelnummer haben. Und das dann, dass da vielleicht nicht stimmt. Was auch oft schwierig ist, wenn die CDs gerippt werden und man hat keine fortlaufende Nummer. Bei Dateiname 0101. 01 steht für CD1 und danach die 01 für Track1. Geht bis hier unten, 01 für CD1 bis Track54. Und dann geht es wieder bei 1 los. Ihr seht aber, dass hier der Dateiname mit 02 anfängt, weil das eben die zweite CD ist. Musicbee weiß jetzt auf jeden Fall, okay, das Ganze gehört zu einem Hörbuch, das besteht aus mehreren CDs. Und man muss eigentlich nur ihm sagen, welche CD zu dem Album gehört. Rufen wir mal den Editor von DB Power Amp aus. Also diese beiden Sachen, der Converter 2 und der Editor hier, das sind zwei kleine Tools, die mit bei DB Power Amp dabei sind. Das eine ist hier ein ganz, wie es da schon heißt, ein ganz klassischer Converter. Das heißt, ihr könnt hier on the fly einfach irgendwelche Audio-Files in Flag, MP3, Wave oder sonst was umwandeln. Oder ihr könnt das, was wir jetzt machen wollen, den Tag Editor einfach öffnen. So. Und hier geht es um diese Zeile. Ihr seht hier, Disc steht 1 von 2. Das bedeutet, das ist die erste CD von 2. Und das Album heißt Jurassic Park. Wichtig ist bei allen CDs, dass natürlich überall das Album identisch ist, damit Musicbee das auch zu einem zusammenfassen kann. Weil ihr werdet später sehen, der listet nicht das Hörbuch in mehreren CDs auf, sondern er zeigt euch ein Cover, wo alle CDs und alle Tracks enthalten sind. Zeige ich euch nochmal ganz kurz dann die CD 2. Hier. Seht ihr, das ist CD 2 von 2. Und wie gesagt, ihr werdet später sehen, es ist alles unter einem Cover zusammengefügt. Ihr könnt aber natürlich auch Musicbee sagen, wie er sortieren soll. Das zeige ich euch dann aber vielleicht auch nochmal. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir starten einfach mal Musicbee. Das ist übrigens immer noch dieselbe Version, mit der ich auch das andere Tutorial gemacht habe. Da hat sich also nichts geändert. So. Das ist jetzt meine Bibliothek, die schon vorhanden ist. Und jetzt legen wir zusammen einfach mal eine neue an. Und zwar gehen wir dann hier auf Datei, Bibliothek, neue Bibliothek erstellen. Und jetzt fragt er uns als erstes, wo soll er denn die Bibliothek hinstellen? Damit sind jetzt nicht eure Audio-Files gemeint, sondern damit ist lediglich gemeint, wo soll Musicbee seine Metadaten abspeichern. So. Zeige ich euch gleich, was damit gemeint ist oder was der da rein speichert. Wir haben ja jetzt testweise einen Ordner angelegt, der liegt halt in Music, in dem Ordner Music. Und da wollen wir natürlich auch die Bibliothek drin haben. Und zwar in dem Ordner Testbibliothek, wo auch unsere ganzen Sachen drin liegen. Das hat den Vorteil, wenn ihr später mal mit der Bibliothek umzieht, auf eine andere Festplatte kopiert, dann müsst ihr einfach nur einen Ordner nehmen, den kopieren. Und da ist alles drin. Da sind eure Audio-Files drin. Da sind auch die Bibliotheksdateien von Musicbee, also die Programmdateien von Musicbee drin. Also, auswählen klicken. Und ihr seht, jetzt steht hier auch Testbibliothek. Das ist der Ordner, den wir haben wollen. Jetzt können wir dem ganzen Kind natürlich noch einen Namen geben. Wir nennen das Ganze jetzt mal Hörspielsammlung. Da ist das Ö zu groß. So. Und jetzt fragt er uns hier Musikdateien aus dem folgenden Ordner scannen. Deswegen sagte ich ja, nehmt einen Ordner, weil jetzt könnt ihr einfach sagen, wir suchen uns hier in Musik diesen Ordner aus. Die Einzeldateien zeigt er uns jetzt nicht an. Keine Sorge, die sind aber da drin, sondern er zeigt uns jetzt hier noch die Unterordner an. Er wählt automatisch alle aus. Wir sagen OK. Und er würde jetzt im Prinzip daraus eine neue Bibliothek erstellen. So, klicken wir hier auf mal neue Bibliothek. Das sind jetzt alle unsere Hörspiele, die wir in dem Ordner gelegt haben. Und ihr seht hier auf der linken Seite, das ist hier der Reiter Genre. Und ihr seht, wir haben hier ein Hörbuch. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, jetzt noch hier in diesen Ordner verschieben. Der ist jetzt leer. Müsst ihr aber nicht. Ihr könnt es auch hier verwalten. Je nachdem. Ich habe das bei mir so gemacht, dass ich in diesem Preset-Ordner von MusicBee, da liegen auch alle meine Hörbücher drin. Aber wie gesagt, müsst ihr nicht machen. So. Das heißt, ihr habt jetzt hier alle eure Hörspiele aufgelistet. Nochmal sortiert nach Genre. Das sind alle Grusel-Hörspiele. Das ist jetzt Horror. Hier Krimi und Science Fiction. Im Prinzip war es das eigentlich schon. Mehr müsst ihr eigentlich nicht machen. Das heißt, ihr legt einfach einen Ordner an. Da ladet ihr alle eure Sachen rein. Sagt MusicBee. Das ist der Ordner, den ich überwachen soll. Und dann macht er alles von selbst. Jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Einstellungen, die ihr vielleicht kontrollieren solltet. Weil ich weiß nicht genau, welche Presets MusicBee automatisch gemacht hat, wenn ihr das Programm zum allerersten Mal öffnet. Das weiß ich nicht. Deswegen zeige ich euch mal, wie ich das bei mir eingestellt habe. Und zwar gibt es den Ordner Bibliothek unter Einstellung. Das ist jetzt noch zum Beispiel mein Ordner aus der alten Bibliothek. Den wollen wir jetzt hier natürlich nicht haben. Ihr seht, der muss weg. Ihr geht da hin. Und er soll diesen Ordner auch überwachen. Dieses kontinuierliche Überwachen bedeutet, dass er nicht nur neu einliest beim Start, sondern auch wenn das Programm läuft und ihr würdet da irgendwas ändern, dann würde er immer diesen Ordner überwachen und dann auch die Änderung irgendwann übernehmen. Das dauert immer einen ganz kleinen Moment. Spätestens dann, wenn ihr die Oberfläche neu lädt. Das heißt, wenn ihr jetzt ein neues Genre oder so weiter aufrufen würdet, dann würde er auch diesen Ordner wieder aktivieren bzw. überwachen. Alles weitere ist soweit in Ordnung. Aktion für neue Dateien zur Bibliothek hinzufügen. Das habe ich gewählt, damit ich nicht ständig in diesen Neuzugang Ordner klicken muss. Das ist der Ordner hier, Neuzugang. Das bedeutet, wenn ich das so machen würde, also dass ich das hier aktivieren würde, würde das bedeuten, ihr packt ein paar neue Hörspiele mit rein und ihr startet dann MusicBee neu und dann würden die neuen Hörspiele alle in diesem Neuzugang Ordner liegen. Ich fand es einfach ein bisschen umständlich, weil ihr müsst sie dann wieder von da verteilen und da dachte ich, ne, brauche ich ja nicht. Also ich will die ja in der Bibliothek haben, deswegen habe ich das immer so eingestellt. Aktion für neue Dateien direkt in die Bibliothek packen. Damit ist übrigens hier Musik gemeint, falls da die Frage noch aufkommt. Das war es eigentlich. Die können wir übernehmen, die Einstellung. Wie gesagt, beim nächsten Neustart wird diese Einstellung auch aktiv. So, jetzt wollte ich euch noch einmal zeigen, bei dem Hörbuch erwähnte ich ja schon, es sind sehr viele Dateien auf einmal und ich habe euch ja gesagt, MusicBee wird es euch in einer Datei anzeigen, beziehungsweise unter einem Cover. Und ihr seht, wir haben jetzt hier nicht zigtausende von Dateien, sondern wir haben hier einen Ordner mit dem Cover und da drin seht ihr, sind jetzt alle enthalten. Ihr seht hier von 0101 bis 0154 ist CD1 und CD2 fängt logischerweise mit 0201 an und geht nur bis 0252, das heißt also zwei Tracks weniger. Und ihr könnt jetzt einfach doppelklicken und er wird halt in der richtigen Reihenfolge abspielen. Ich komme nochmal ganz kurz auf das Thema Sortierung in MusicBee. Das war auch so eine Frage, gerade bei den Hörbüchern, dass die Sortierung ja nicht richtig funktioniert. Ich habe es vorhin schon kurz erklärt anhand von Jurassic Park. Ich möchte euch jetzt aber nochmal zeigen, wie ihr die Sortierung im MusicBee beeinflussen könnt. Und zwar geht ihr ganz einfach hier oben auf Bearbeiten, Einstellungen bearbeiten und dann hier Sortierung und Gruppierung. Und hier habt ihr jetzt mehrere Möglichkeiten, wie MusicBee die Daten sortieren soll. Und wenn ihr sagt, ja, das mit diesem Tagging und so, das ist mir irgendwie ein bisschen zu viel, da habe ich jetzt überhaupt keinen Bock drauf, dann könnt ihr auch sagen, wenn die Dateinamen ordentlich benannt sind, sortieren wir das Ganze doch einfach nach Dateinamen. Und zwar geht ihr einfach hier auf dieses Kästchen mit den drei Punkten. Dann habt ihr hier die Möglichkeit zu sagen, wie soll sortiert werden. Und dann klicken wir mal hier runter und ihr seht, ihr habt hier zig Möglichkeiten. Und hier versteckt sich Dateiname. Und hier könnt ihr dann noch wählen, soll er aufsteigend oder absteigend sortieren. Und dann einfach auf Speichern und schließen. Und so könnt ihr zum Beispiel auch noch die Sortierung manuell einstellen. Wenn euch das mit dem Tagging zu viel ist, wie gesagt, habt ihr verschiedenste Möglichkeiten, wonach der noch sortieren soll. Und das könnte eben auch ein Grund sein, warum das zum Beispiel in iTunes funktioniert, weil da automatisch nach Dateinamen sortiert wird. Und warum das manchmal in Musicbee so schwierig ist, gerade wenn die Titelnummern nicht vergeben sind, dann müsst ihr das hier einfach manuell einmal so einstellen. Ich hoffe, damit konnte ich euch ein Stück weiterhelfen. Schließen. Ja, das war's. Wenn ihr dann nochmal feststellt, das klappt trotzdem nicht oder irgendwo ist noch eine Macke drin oder ihr habt euch beim Tagging, habt ihr euch vertan, könnt ihr natürlich im Musicbee nochmal hergehen und die Tags nachbearbeiten. Das geht am einfachsten, indem ihr einfach auf das Cover klickt, rechte Maustaste und dann sagt bearbeiten. So. Ihr habt ähnlich wie bei DB Power Amp, habt ihr auch so einen kleinen Editor und da könnt ihr jetzt eure Änderungen vornehmen. Ihr könntet hier zum Beispiel sagen, nee, das ist gar nicht Titel 1, das ist Titel 2. Oder ihr könntet sagen, der Künstler ist falsch. Ihr könntet den Verlag nochmal ändern. Ihr könnt das Genre nochmal ändern. Dann könntet ihr natürlich noch das Cover ändern, je nachdem. Was auch ganz nett ist, wenn ihr das zur Verfügung habt, also bei Hörspielen vielleicht nicht, aber bei Musik könnt ihr noch zusätzlich irgendwelche Musiktexte oder Liedtexte einfügen. Das ist eigentlich eine ganz feine Sache. Aber wie gesagt, hier könnt ihr im Prinzip all eure Änderungen vornehmen. Eine Sache habe ich noch vergessen, euch zu zeigen. Und zwar erinnert ihr euch noch, dass wir am Anfang der Bibliothek auch einen Namen geben mussten. Wir haben das ja Hörspielsammlung genannt. Und ich wollte euch jetzt noch mal ganz kurz zeigen, wo ihr denn diesen Ordner dann findet. Und zwar hier haben wir wieder unseren Ordner mit der genannten Datei. Und ihr seht jetzt hier, da wo eure ganzen Audio-Files drin liegen, da hat er jetzt auch diesen Ordner Hörspielsammlung angelegt. Deswegen sagte ich ja, es ist eigentlich ganz sinnvoll, dass ihr einen zentralen Ordner habt, wo alle eure Daten drin liegen. Dann könnt ihr, wenn irgendwas passiert, einfach diesen kompletten Ordner nehmen, also hier Testbibliothek und irgendwo anders hinkopieren. Wir gucken auch noch mal ganz schnell rein. Und ihr seht, das sind hier eine Inni-Datei und eine Bug-Datei. Das sind so diese klassischen Programm-Dateien, die MusicBee halt auch erstellt. Und da müsst ihr auch nichts dran machen. Deswegen, ihr müsst nur wissen, wo der liegt, weil wenn ihr diesen jetzt aus Versehen löschen würdet, dann würde eure Bibliothek nicht mehr funktionieren, weil er die Verknüpfung zu den einzelnen Dateien nicht mehr hat. Und er würde euch dann beim nächsten Mal öffnen. Also wenn ihr das MusicBee nächstes Mal öffnet, fragen, hör mal, hier ist irgendwie eine Datei, die kann da nichts mit anfangen. Die muss man ersetzen bzw. neu anlegen. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Anleitung einige eure Fragen klären. Falls noch was unklar sein sollte, schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Ich beantworte eure Fragen ganz gerne. Dann noch ein kleiner Hinweis. Mein nächstes Projekt wird auf jeden Fall eine Rezension von Langeooger Dünenblut sein. Das hat ein Freund von mir geschrieben, der Frank Hammerschmidt. Ich habe es schon gehört und dazu, wie gesagt, werde ich eine kleine Rezension schreiben, die ihr dann auf meinem Blog nachlesen könnt. Wenn ihr mich abonniert, dann erfahrt ihr auch, wann ich damit fertig bin und vor allem, wo ihr es lesen könnt. Ansonsten würde ich sagen, viel Spaß beim Hören.